Musik Ich bin MC Woldi, komme aus Ludwigshafen, einer Stadt. Die hat, was nicht jede Stadt hat und zwar keine Szene, kein Hip-Hop, kein Gemecker. Das geht mir auf den Wecker, ich werde das ändern. Neureimkultur ist meine Gruppe, kommst du mir dumm, ess mir Schnuppe, weil ich esse das gleiche Suppe. Ich meine die gleiche Suppe, die da mein Mann da drüben und da drüben im Auto drin. Ah geil, ich sing jetzt nicht was vor, spitz dein Ohr, ich bin zu Ende, denn ich bin der Dende, Mann. Also ich werde das Ende. Und jetzt gehen wir jetzt auch raus. Hast du bezahlt? Ja. Tschüss. Tschüss. Musik Also, mein Name ist Helga Ackermann, ich komme aus dem Ziegshafen, bin 29 Jahre alt. Ich arbeite seit 1993 hier an der BP-Tankstelle, Nachtschicht mache ich seit 1997. Mein Name ist Kurz Wolfgang, hauptberuflich bin ich Busfahrer. Taxi mache ich nur so Hobby-mäßig, aber es ist leider nichts mehr zu verdienen mit der Sache. Aber irgendwas muss man ja tun, ne? Ich bin Fischer Elsa und schaue an der BP in der Heinigstraße in Risshafen als Kassiererin und zwar noch nachts. Hansi darf eigentlich nur meine Mutter zu mir sagen. Hänse und Sachen mehr, das ist mein Schrittsame. Dann mal Hans oder Hannes. Hans von der Bohren am 05.01.1952. Mein Name ist Sebastian Stolz, ich wohne in Risshafen. Ich bin 20 Jahre alt, studiere Jura, bin nebenberuflich Fußballfan und arbeite hier an der Heinigstraße auf Aushilfsbasis als Kassierer. Ich werde nicht überrasen warten. Ich weiß nicht, im Fußball ist alles möglich. Ich weiß nur, das Spiel dauert 90 Minuten, der Ball ist rund und hoffentlich sind unsere Buben elf Freunde. Also ich muss jetzt los, weil das Spiel läuft ja eigentlich schon. Und 44.80. 1-0. Bierhof, achte Minute. Und das ist mit Fußball zu Hause? Ach ja, die Männer sitzen, 16 Männer hab ich zu Hause, ich liebe Gott. Doch, Nachbarschaft, doch, doch. Aber was denken Sie? Tschüss, einen schönen Abend. Danke. Danke, Schatzelle. Tschüss, wiedersehen. Oh, die alte Kuh. Das kaufe ich trotzdem. Das kaufe ich trotzdem. Die mag ich nicht, aber. Wie er liebt die, soll er die lieben. Die passt doch gar nicht in die Familie. Wissen Sie, um was geht? Muss man sich einpassen. Ich hab auch, mein Mann ist 70, ich bin 60, aber wir passen zusammen, aber ich weiß es nicht, ich hab, ich weiß es nicht. Zwo, danke. Ich hab mich gegen die Frau, ich bin auch eine Frau, aber... Das ist ein scheiniger zurück, vielen Dank. Aber gut. Ich hab... 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 Ja... Kommst du vorbei? Danke, ich hab dich lieb. Tschüss. 2.0 Deutschland, 64... 64. Minute, Cleansman. Yes! Ich hab... Ich hab mein Fußballsalbis. Was wird jetzt nachgerissen? Die ganzen Getränke, die ganzen Dosen, die sind hauptsächlich Bier geholt haben. Und das muss jetzt halt aufgefüllt werden. Die Fixpacks stehen schon im Fahrstuhl. Und jetzt wird Cola und Bier hauptsächlich nachgefüllt. Und den Ansturm dann nachher zu verkraften. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Tschüss. Tschüss. Oh. Jetzt hat man gerade das Spiel auf Video gefangen. So ist meine Feierabend. Hey, Salute, hey. Ah, das ist gut. Ja, aber... Nein, haben wir nicht, aber wir haben das Ergebnis mitgekriegt am Rande. Das ist ein Richtmikrofon. Sieht jetzt aus? Ein bisschen. Lass mal, wenn er die Kamera ausholt und er schlussieren hat. Nein. Machst du mal aus jetzt? Reicht das jetzt? Nein, lass ihn doch zu. Er will gar nichts mehr. Ist doch ein Atem. Hast du mich gefragt? Willst du mich bezahlen dafür? Hör mal zu. Geh mal her. Es reicht. Es reicht dir. Das hätt ich gern wirklich wörtlich. Die Scherzer hätten wir gern. Da hätt ich mir mal antworten, großer. Ja? Die Jugendlichen haben keine Perspektive mehr. Was hat der für ein Problem? Der hat eigentlich kein Problem außer das, dass er gefordert wird von jeder Seite. Und das ist halt ein Problem so. Ich hab das Problem leider nicht. Und deswegen find ich das in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Noch nicht. Noch nicht. Was heißt das, er wird gefordert und sich nicht? Ja, ich werde nicht gefordert. Was heißt das konkret? Das heißt, so in dem Stress, wo man drinsteckt, so wird man gefordert. Und wenn man sich keinen Stress machen lässt, dann wird man nicht gefordert. Wie geht das? Indem man der Gewalt aus dem Weg geht. Das heißt, wenn wir zu einer Zeit machen, haben wir keine Zeit gefahren. Du bist in der Zeit, als wir zu einer Zeit machen. Aber wenn wir die Zeit haben, dann können wir sich in der Zeit machen. Gut, gibts einer schnell mal in der Zeit. Die Zeit haben wir schon mal in der Zeit. Das ist zur Zeit, die Zeit sind bei der Zeit. Aber wir müssen die Zeit machen. Aber da haben wir jetzt mal in der Zeit naja. Und dann? Gibt es wirklich nicht. Wie geht es? Hallo, was hast du in deinem Auto? Eine Blume, eine Palme. Eine Palme, Mann? Für die Mom, Mann. Meine Mutter, meine liebste Mutter. Wollt ihr sich angucken? Bisschen zerquickt, aber... Was hast du denn mit dir? Hast du ein Geschenk? Ja. Hat sie Geburtstag? Nee, aber Mutter schenkt mir immer was. Jeden Tag. Oder? Geh weg, meine Palme. Meine Palme. Hast du das? Wie ist die Kiewitz verschwissen? Sieh mal, der ist ein guter Sänger. Der singt Rap. Ehrlich, ne? Son, Kiewitz. Dört. Check, check. Check das Mikrofon, du alter Hurensohn. Wir ballern dich runter von deinem Krippodon. Das ist in einem harten Ton. Check das Mikrofon, du alter Hurensohn. Schimanski Rock, pack das Bass. Ich mach's in der Lacht, dir Morty. Netter Dolm. Ich roll, joh, 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 joh. Jawohl. Gewalt sind der Model wie in Sex. Ein Motto bist du hot und knack. Knack, knack, knack ist ein Schadsozial. Aber du bist die Qual. Der Ball mit dem Ringerstoral, mit dem Eiseronnal. Zu der stehen wir total. Abschiebung. Das Wort, wo jeder Ausländer kennt. Ausgeschissen, unser Zugensappen. Zu dritt auf eine Zelle, rückt uns nicht auf die Pelle. Sonst gibt einer auf die Delle, auf die Schnelle, bis zum Kriminelle. Schellt die Rechten an die Wand, wir hassen unser Vaterland. Fick den Bums und randaliert, rechte Schweine an die Wände schmieren. Und dann habe ich den Ball. Denn eine Wände, keine Wände, die wir haben. Die Wände, die haust du davon, was wir haben. Ich bin mir... Ich hab keinen Wissen davon, ich hab keinen Wissen davon. Ich hab keine Wissen davon, ich bin zu gut. Ja, aber... Wiegt mir Stimme? Kommen Sie mal hin, bitte. Kommen Sie mal mit. Super, ja, ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Einmal 180 Grad drehen. Das hier, ne? Das hier! Das hier ist mein Vaterland und das ist Messer. Ein Türke ohne Messer ist kein Türke und das hier, eins, zwei, drei, vier, durchlöschert, ja, das ist hier ein Herz. Ist das passiert? Das war ein Messerstich. Wo ist das passiert? Das ist in Frankfurt passiert. Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil ich so cool bin. Wer hat angefangen? Kurden, PKK. Wir sind alle Brüder, wir sind alle Brüder, egal ob Türke, Deutsche oder was weiß ich was. Wir haben alle Herz, alle Beine, Füße, wir sind alle Brüder und Schwester. Das dürfen wir nie vergessen. Aber das ist trotzdem in meinem Herz. Ich liebe euch alle. Ich röne dich! Ich röne dich! Ich röne dich! Das ist unser Vaterlandi. Das ist unser Vaterlandi. Das ist unser Vaterlandi. Das ist unser Vaterlandi. Guten Morgen. Eine Schachmabe, bitte. 5 Mark und 20. Die Männern bei den Griechen, die haben ein bisschen Färber aufgeschwärmes Essen. Bei uns in Hüttelsaufen gibt's nichts. Ein belegtes Bröt 6 Mark Quatsch. Wahnsinn, Herr. Bestimmt nicht ein belegtes Brötchen. Doch, 6 Mark 50. 6 Mark 50, ein belegtes Brötchen. Wirst du beißen? Nein, das stimmt nicht. Das gilt nicht. Das muss nicht sein. 6 Mark 50, ein belegtes Brötchen. Er ist nicht ganz flüssig. Aber was soll man machen? Kann man sich nicht aus dem Ärmel schütteln, die Leute? Muss nicht kommen und das fahren, was man kriegt. Das ist manchmal sehr traurig, ich sage. Aber Ludwigshafen ist sowieso eine Provinzstadt. Das kann man vergessen hier. Stehen Sie am Bahnhof? Meistens. In der Reihe? Jetzt um die Zeit gibt's keine Reihe mehr. Da kann man froh sein, wenn noch einer zwei stehen. Aber manchmal siebter, sechser, siebter oder so. Das ist traurig. Aber wie gesagt, man kann nichts machen. Die Zeiten sind hart. Da wäre das schlecht. Was machen Sie? Für die Fußballaktion. Was ist das für eine Aktion? Hilfsaktion für WM, für den Schiedsrichter, die verletzt wurde. Bei den Polizisten? Bei den Polizisten, die verletzt wurde. Bei der Aktion mit dem Ball. Der Ball geht weiter. Der geht in die BP-Tankstelle, in den Ludwigshaben, nach Speyer, nach Maxdorf. Bis zum Endspiel. Beim Endspiel und das Geld, das wir gesammelt haben, schicken wir nach Frankreich. An die Familie. Wir hoffen, dass wir damit etwas Gutes gemacht haben. Masch ¡Much! Das war's dann. Und das hab ich geklaut, okay? Danke. In Ordnung. Meine Nachbarin hat angerufen, ach, Frau Kadel, kann sie nicht mehr was holen? Ich mach das die Leute umsonst. Ich lauf hier umsonst. Nie ein Finish. Ich bin die Schwester Theresia. Wissen Sie, um was es geht? Mein Mann war immer hier. Jetzt kann er nicht kommen. Und abends da? Ja, ganze Nacht schlafen wir nicht. Wir schlafen erst früh um vier Uhr nachts. Aber zu Hause, ich hab bloß eine Ehe. Und ich bin sehr glücklich. Mein Mann ist zehn Jahre älter als ich. Aber wir haben immer unsere Kinder. Meine Tochter ist San Axelispeier. Und mein Sohn ist in Gera Richter. Werner Kadel Richter ist er. Ich hab Kinder. Und ich bin so. Umsonst. Nie was. Ja? Tschüssele. Also, ich hab meinen Fahrgast im Hemmshof abgeholt. In der Eisdiele oder was das soll. Und da ist er eingestiegen. Er hat gesagt, er möchte gerne in die Buchenstraße fahren. Und er hat bloß 16 Mark dabei. Dann hab ich ihn gefahren, bis so weit es geht, bis 16 Mark. Und dann an der Haltestelle hab ich gesagt, hier ist die Endstation praktisch. Und dann hat er gesagt, fahren Sie mich noch ein paar Meter um die Ecke rum. Dann hab ich gesagt, dann muss ich die Uhr wieder einschalten. Und dann ist er frech geworden, ne? Und hat das Geld einfach so auf den Boden geworfen. Und dann ist er ausgestiegen und hat mir eine auf die Nase geschlagen. Mit Schwung natürlich, ne? Dann lief halt gleich die bunte Flüssigkeit. Die Krankenwagen hab ich halt dann angerufen. Und die Polizei, naja, die kam erst noch vielleicht 20 Minuten später. Weil die Jungs sind ja so im Stress, ne? Und dann haben wir halt die Personale aufgenommen. Anzeigen unbekannt. Jetzt muss man halt sehen, was wird. Alles fit? Im Schritt? Es geht? Gut. Lieber labere keine Kacke, sonst haue ich hier auf die Backe. Ich bin der starke Kanake mit dem Neuner in der Jacke. Mama, 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 Platz da. Deine Mama kann blasen. Was los? Gibt's ein Problem? Abschiebung. Das Wort für jeder Ausland erkennt. Ausgeschissen und der Zunge zerpennt. Das war's, liebe Leute. Aber ehrlich, das war asozial, was die Deutschen gemacht haben. Frankreich haben. Welche hier heißt das Ding? Ausländer, Ausländer. Ich meine, die sind schon schrieb, die Ausländer. Aber was die Deutschen dann draußen machen, genauso in Mallorca. Was ist denn da oben? Oder in der Türkei, das langt schon. Die sind so frech, als wäre das bei ihnen ein eigenes Land. Wir haben nichts gegen die Deutschen, weißt du, vollkommen. Was machen die da? Die sind frech, die denken, die sind der Chef. Die tun die Leute blamieren. Die erlauben sich halt so viel, weißt du. Ich bin hier auch Gast, ich bin nämlich verletzt. Jeder Mensch macht Fehler, weißt du, aber was die Deutschen machen... Was sind mit den Polizisten gemacht, der war ehrlich asozial. Ah ja, Hooligans. Hört man überall. Die gehen ja ehrlich, nicht um Fußball zu gucken, um Streit abzufangen. Die gehen zu überall. Das ist ja auch so. Die machen nur Schlägereihe, gucken sich Fußballer, egal was von Seite die halten. Und dann, wenn die Zeit gewinnt oder verliert, ist egal, fangen sie zu krachen. Aber wenn die Beamten zwischen euch gehen, kriegt sie einen auf den Sack. Die können nicht mehr was dafür. Polizisten vor allem. Die sind ja bloß da zum Schutz der Menschen. Der Personenschutz. Habt ihr auch schon mal Ärger mit der Polizei? Immer. Warum? Das sieht so aus. Das sind so zum Beispiel. Das ist ein schlechter Türk, das ist ein guter Türk. Der Türk, der geht zum Beispiel, der ist zu anderen Leuten auch gut. Und der Türk, der sucht vielleicht immer Kraft. Bei den Polizisten ist es auch so. Es gibt Polizisten, die machen bloß ihren Job. Das ist korrekt. Die untersuchen mich zum Beispiel. Oder das Auto. Wenn ich so ein Auto habe, wissen sie, tiefer, breiter, schneller. Und dann ist es normal, dass sie Polizisten suchen. Manche kommen her und dann provozieren sie. Dann sagen sie das und dann das und dann das. Und der Ton schon überhaupt. Wenn die so anfangen, dann wie man in den Wald schaltet. Was machst du dann? Dann brauche ich auch. Und dann? Der kann mir nichts machen. Bei mir ist alles in Ordnung. Alles eingetragen, alles perfekt. Und dann planiert er sich und geht. Bei der Allgemeinung. Ich meine, die kommen her und machen uns dumm an. Die meinte zu mir, das Letzte habe ich da gepackt. Kommt der Herr und meinte, er, wir sind hier nicht in Istanbul, fahr dein scheiß Auto weg. Der sagte so zu mir, habe ich gemeint. Wir sind in Istanbul, wir sind in Ankara, habe ich gemeint. Da fahr du deinen Weg, habe ich gesagt. Und dann bin ich weggefahren. Ich komme von der Arbeit. Was haben Sie gearbeitet? Ich habe Musik gemacht. Inwiefern? Ich bin in Mannheimer Nationaltheater, spiele im Orchester. Was? Klarinette. Was gab es heute Abend? War Bier von Sevilla. Haben Sie da was gespielt? Ja, natürlich. Zweite Klarinette habe ich gespielt. Haben Sie die dabei? Ja, ist sie. Klarinette ist eines der Instrumente aus der Holzfamilie. Sieht im Moment aus wie ein Satz Duellpistolen. Wenn man es zusammensteckt, kriegt es voran. So schaut es aus. Und jetzt soll ich irgendwas spielen. Irgendwas aus dem Barbier. Was Sie heute Abend gespielt haben? Na, dann nehmen wir doch aus der Cavertine von der Rosina einfach den Anfang. Das ist ein kleines Klarinetten-Solo. Stellt das Thema vor. Und anschließend übernimmt das dann die Mezzosopranistik. Das sind ein paar Takte. Die Mezzosopranistik. Und jetzt kommen die Sopranistik. Und jetzt kommen die Sopranistik. Die Mezzosopranistik. Wenn ich arbeitslos Geld bekomme, will ich Sozialhilfe kriegen. Und die werden mir noch eine Wohnung geben. Und so gehe ich halt weiter und kriege meine 18 Mark im Monat. Und muss meine Wohnung selber zahlen. Mein Auto selber zahlen und alles selber zahlen. Aber ich mach das für mich und ich will nicht irgendjemanden auf der Tasche legen, dass ich jetzt sage, du zahlst für mich oder so. Weil ich finde es einfach nicht richtig. Aber die Leute, die das machen, die nutzen halt den Staat aus und dann kann man auch keinen Vorwurf machen, weil bei deren Lager die wir jetzt haben. Dann kann man einen Vorwurf machen, aber ganz kurz. Naja, du kannst ja keinen Vorwurf machen. Das ist scheiße klar. Gehen wir zu einem hier und sagen, geh arbeiten, da lacht ich aus. Was sie zu mir sagen? Ich verdiene mehr wie du. Warum soll ich arbeiten gehen? Was schon mal nicht mit gesaufen? Ja. Sind wir in die Fußgängerzone gegangen, mittags? Ja? Die mit der bunten Haare, was da rumhocken. Hast du mal eine Mark, hast du mal eine Mark? Wir kriegen täglich Kohle in den Arsch gesteckt, aber schaffen wir uns nicht so viel. Das ist mir scheiße. Geht das noch weiter? Erzählst du mir was dazu? Was das bedeutet? Das ist das Karl Rune. Das ist von England. Das ist Blatt und Hannah. Blut und Ehre. Was heißt das? Das ist so eine Gruppierung von den Skins. Was sind eure Ziele oder was heißt das? Ich glaube, wenn man Skins hat, dann kriegt man erst mal Angst. Woher liegt das? Verkehrt. Das ist halt durch die Medien die ganzen Vorurteile, die aufgebracht werden. Das Skins, das heutzutage ist hier, das ist nicht der, was in den Medien druckst wird. Das wird viel verleugnet. In den Medien sind die Skins immer Assis und schlagen alle Ausländer um. Das ist gar nicht so. Hast du schon mal gemacht? Ja. Grins, grins, oder? Ja, genau. Eigentlich nicht. Aber das wird halt in den Medien so dargestellt. Was heißt eigentlich nicht? Ja, halt eigentlich nicht so. Weil das sind meine Ziele, die ich hab. Was sind denn die Ziele? Was willst du da? Ich will einfach nur meinen Spass haben. Was ist? Und mein Leben geniessen, so gut wie es geht. Was für Dinge? Verfahrt mit deinem scheiß Golf, Wallah, der Dreh ist schon kaputt. So. Das ist ein Grenzwertgeber. Was macht der? Der, äh, wenn der Tank bei 95 Prozent voll ist, wenn er voll ist bei 95 Prozent schaltet er automatisch ab. Der sogenannte Peilstab, den führe ich jetzt in den Tank ein. werden, auch wenn er sich für die Ziele auf machen stellt. So. Bein darf man nicht schlafen. Ohne. So. Bein darf man nicht schlafen, wenn man vielleicht nachdenkt. Ach. So. Ohne. Das war's dann? Ja. Und die Karte reinstecken? Aber die ist verkehrt? Der Streifen auf dieser Seite. Noch rum. So. Der Streifen auf dieser Seite und mehr zu. So genau. Danke. Jetzt krieg ich noch ein Maß und ein Snickers. Ist das nicht sehr giftig, wenn Sie hier immer mit Benzin zu tun haben? Ja. Das wollte ich ja machen. Wenn ich zurückdenke, vor Jahren, da haben wir befüllt von oben. Da waren die großen Domschächte oben offen. Da sind die ganzen in das Rohr rein, da sind die ganzen Gase rausgekommen. Wir waren im Gase drin gestanden. Da war das noch viel extremer. Das ist schon wesentlich, bis er war. Ich hab mir wieder mal Arzt gesprochen und gesagt, das wäre nicht so schlimm. Wenn man dauernd in den Gase drinstehen würde, dann würde ich halt stark Krebs erhegen. Das war die ganze Zeit. So, einen Sender habe ich nur. War gespannt. Läuft schon, das Spiel. Und wie steht es? Vorhin sind es schon vor dem Fernseher, 0 zu 0, hoffe ich. Kein Tor verfassen. Und wie geht es aus? Ich habe getippt 3 zu 1 für Deutschland. Und wenn der ENA gewinnt? Dann fahren sie nach Hause. 3 zu 1 auf jeden Fall. Chef, geben Sie mir noch eine Tüte, bitte. Das braucht nicht jeder zu sehen, dass ich mitfeiere. Alles Gute. Man muss sehen, was heute ist. Was ist denn so süß? Ich, mir. Privat oder? Beides. Beides. Viel Geld. Und bald möchtest abfahren nach Amerika. Zwei Monate ist es ja soweit. Dann bin ich weg. Echt? Zwei Monate. Bin ich erst mal in Amerika. Ganz? Erst mal zwei Monate. Und dann werden wir weitersehen. Am besten wäre es, wenn ich ganz drin bliebe. Aber so wie ich das denke, geht es halt nicht. Was wollen Sie da machen? Ja, erst muss ich mal sehen, dass ich die Aufenshalterlaubnis kriege. Machen. Erst mal vorübergehend. Ein Job als Trucker oder Busfahrer. Dann wird man weitersehen. Und warum wollen Sie weg aus Deutschland? Weil es mir hier nicht mehr gefällt. Warum nicht? Was gefällt Ihnen nicht? Das ganze politische System und die Leute, die sind alle so stur und unfreundlich und alles. In Amerika kann man besser einkaufen gehen, ohne Stress. Gibt es keine Raserei wie hier. Das ist hier alles so hektisch geworden. Da drüben geht alles ein bisschen gemütlicher zu. Auch beim Einkaufen kann man nachts um zwei in den Supermarkt gehen, ohne Stress. Und hier steht man mal fünf Minuten an der Kasse, dann geht es gejammer schon los. Geht es nicht ein bisschen schneller vorwärts da. Das gibt es da drüben nicht, so was wie hier. Aber es ist halt Deutschland. Und was ist mit Ihrem Privatleben? Sie müssen ja sicher dann auch viel zurücklassen hier. Im Privatleben habe ich hier sowieso fast nichts. Aber für mich ist das kein Problem. Die Brücken hier einfach abzubrechen ist für mich kein Thema. Nee, ich habe es nur so stichweise im Radio verfolgt. Ich bin die Straßen gefahren, ich habe es von den Häusern gehört. Ja, ich habe jetzt kein Gegröle gehört. Ich habe nebenan, dass kein Tor gefallen ist. Von daher denke ich mal, es ist noch 0 zu 0 oder so. Das haben wir gekauft, nur vierte Weltmeister, schaut das. Wenn wir in den Spielen kommen, schmeißen wir weg. Verbrennen wir mit an die Strohs. Jahu! Da habe ich schmerzen durch, jawohl. Gut, auf die Plätze. Was ist denn das Schlau? Nein, nein, er wollte wieder so schlau sein, wollte Rollen ankriegen. Ja, Männer und Technik halt bei vielen, gell? Nicht alle. Wie ist es mit den deutschen Fußballern? Na ja, mehr Glück als Verstand. Das ist meine ehrliche Meinung. Der Möller fehlt in dem Spiel. Er fehlt. Der hat ja letztes Mal das Überraschungstor gemacht, oder? Innerhalb der ersten paar Sekunden. Wenn sie Meister werden, stehen sie noch okay. Aber ich glaube es nicht. Weil ich sage mir einfach, der Bessere gewinnt. Egal ob das jetzt Israel, Iran, Amerika oder sonst wer ist. Der Bessere gewinnt einfach. Auch wenn viele zu mir sagen, ich bin ein Vaterlandsverreiter. Das ist mir egal. Ich habe damals gesagt, Italien wird Meister. Italien ist Meister geworden. Und diesmal? Brasilia. Steht für mich von Anfang... 1-0 für Deutschland. Die Deutsche haben wir da geschlossen. Das hörst du in Ludwigshafen sofort. Oh Gott. Hallo. Meine Liebe, wie ist Sie? Oh, danke. Und wie geht's Ihnen? Gut. Wie geht's Ihnen? Ich habe ihn heute gesehen. Einmalig. Wissen Sie, was ich wollte? So eine Gemeinde. Kleine? Kleine? Kleine. Und will ich noch den Mitteler. Und noch Habi. Die normal, ja. Bitte eine Tüte, ja? Seien Sie so lieb. Und Zettel, das ist meine Nachbarschaft. Für uns braucht ihn. Aber für Nachbarschaft, das brauch ich schon. Und der Mann, wie geht's hin? Er wacht hin. Ja, geht schon besser. Aber wir sind glücklich so viele Jahre. Ja. Ich bin 70% Behinderte, wissen Sie. Aber ich komme hier gerne. Für andere, nicht für uns. Wissen Sie, um was geht? Für andere, ich mag das. Nicht für uns. So viel Geld hab ich doch gar nicht. Warum machen Sie das für andere? Für Liebe, umsonst, für Nachbarschaft, umsonst. So, Herz, Nachbarschaft. Wissen Sie, die kann sich nie alleine helfen. Die sind Behinderte mit 90 Jahren, 80 Jahren hier. Die Leute, die sind alte Menschen. Ich, Hilfe für Hilfe, Liebe für Liebe. Wissen Sie, um was geht? Und wenn keine Liebe zurückkommt, was ist dann? Brauche ich nicht. Ich hab Herz trotzdem. Ob das jetzt ein Zirgäune oder egal wer ist das. Das mach ich. Umsonst. Ich fahr 42 Jahre kranker Schwestern. Englisch. Waa. Taft! Laass taft geben Она ziehen. Brücke! Auf jeden Fall, das war ja klar, oder? In Deutschland gewinnen. Am Anfang ein bisschen schwach, aber jetzt steigern. Und dann noch gegen Mexiko. Das ist eine arabische Fahne. Persisch. Persisch? Ja. Ist doch schön, zeig mir mal. Jungs, das soll der Scheiß, wir haben doch eh verloren. So habt ihr den Scheiß. Ja, aber ihr habt gegen Amerika gewonnen. Ist ja ein Anfang. Gibt halt keine andere Möglichkeit. Inwiefern Möglichkeit? Ganz einfach, wir haben sechs Trainer in sechs Monaten gewechselt. Die bekommen kein Geld in den Arsch geschoben, die anderen Länder. Die müssen morgens arbeiten, abends kommen sie nach Hause. Dann nehmen sie die Fußballschule und gehen halt trainieren. Dann ist es klar, Deutschland ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Von daher. Das war mir auch schon so klar. Aber 2-1 wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen. Mannheim. Mannheim. Wasserturm. Ich komme jetzt mit ihm hin, ja? Gut, tschüss. 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 Wenn wir gewonnen hätten, hätten wir die Nacht durchgemacht. Hätte mein Mann auf den Kopf gestellt. Aber sowas nicht. Aber wir waren mit 70 Mann bei meinen Freundinnen und zwei Zimmerwohnungen und haben nur gewartet, bis ich die Tore schieße. Scheiße. Danke. Danke auch. Mein zukünftiger, Stefan. Mein allerliebster, mein Traummann. Komm, wir haben gestern Polo-Abend. Wir sind überglücklich. Wir wollen sehr kundtun, dass wir uns sehr lieben. Glücklich sind und heiraten. Einen schönen Abend. Am 3.7. ist das Standesamt. Und am 19.7. ist der Traum. Wie lange sind Sie schon zusammen? Eineinhalb Jahre. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wie haben Sie sich verliebt? Ganz spontan eigentlich. Wie? Wo? Ja, ich bin ein paar Zehn gewesen bei ihm. Und dann hat es halt gebrummt. Das sind 7 Euro. Ja. Und so ist es halt Stand gekommen. Okay. Was machen Sie denn für die Woche? Karibik. Ja. Ganz klassisch. Na ja, was hast du gemacht? Ja. Was hast du gemacht? Kannst gehen. Oder ich rufe die Polizei an. Das ist kein Problem. Warum hast du Bier geklaut? Ja. Dankeschön. Tschüss. Entschuldigung, was ist das? Das ist ein Stab, den ich morgen zum Spielen brauche. Wir machen morgen auf dem Filmstufest eine Aufführung mit unseren Kindern. Ich arbeite in einem Ort. Und da brauche ich das. Was spielen Sie da? Ariel, die Meerjungfrau. Und das ist der Stab von König Triton. Spaß. Danke, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Alles klar. Danke. Ich fahre mit einem Pädel nach. Zufall. Alles klar? Du bist mein Mädchen. Mach deine Augen auf im Straßenpark her. Und was ist das? Geh ich es bitte. Danke. Nein, danke. Können Sie es mir kurz aufmachen? Ich bezahle es Ihnen, das Aufmachen. Ich muss aber das hier öffnen. Ja. Wenn Sie so freundlich wären und wir das aufmachen würden, bitte. Hallo. Können Sie mir das bitte aufmachen? Nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist einfach. Mach das mal draußen. Kommt der wieder retour? Das ist einfach so. Ich bin mit dem Bier entführt. Sie macht gerade das Alkohol weg. Ich bin gerade den Alkohol frei. Der Mann kann das, was? Feuerzeug. Wer hat ein Feuerzeug? Wer hat ein Feuerzeug? Danke. Prost. Wenn ich einen Knack habe, lass die Leute in Ruhe. Dann lass die Leute in Ruhe. Hab ich dich belächtigt? Hab ich dich belächtigt? Ja. Du kannst jetzt ins Gelände fallen. Habe ich doch nicht. Verlass bitte das Gelände. Habe ich sie reingemacht? Also, Klappe. Klappe! Habe ich sie reingemacht? Ja. 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 Na, es hat ja doch geklappt. Hab schon gemeint, du bist ausgewandert. Ja, ja. Gell? War das alles? Oh, das glaub ich dir. Tschüss. Das Wetter bei uns. Die Nacht bleibt meist trocken. Dabei fällt das Fenster auf. 10 Grad. Der Tag beginnt stark bewölkt. Örtlich regnet es bei 14 bis 19 Grad. Die Aussichten erst am Freitag. Leer Sonne und wieder wärmer bis 23 Grad. 6, 6,5 Jahre habe ich Drogen genommen. Mit 14, 15 habe ich angefangen, halt mit Haschisch. Und danach halt ein Jahr, zwei Jahre später, da kam Speed dazu und LSD und Ecstasy. Ich habe auch verkauft und so. Und das gehört dazu. Am Anfang mit 14, 15 Jahren, da war es, ach, ich will cool sein. Ich will gut ankommen bei den Leuten. Ich will einen Chef machen. Am Anfang war das so. Und ich habe auch verkauft. Ich wollte sagen, ich bin der Checker und was weiß ich. Kohle, Goldkette, alles voll. Hab ich gehabt. Am Anfang war ich wie ein König. Ich habe wie ein König gelebt. Ich habe für das Auto immer Frauen. Ich habe Kette gehabt, was weiß ich, wo keiner gehabt hat hier. Mit 17, 18 Jahren. Okay, und dann bin ich immer mehr reingerutscht. Und da war ich schon süchtig. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich süchtig bin. Das habe ich erst dann erfahren, wo ich meinen ersten Affe geschoben habe. Der Affe ist der Entzug von Heroin. Der körperliche Entzug, die Schmerzen und so. Okay, wie ich dann mit Heroin angefangen habe und wie ich dann richtig drin war. Dann war es aus. Dann nichts mehr mit Väterautos und Goldkette. Goldkette sind alle weg. Hab ich alle hergegeben. Ich habe am Anfang wie ein König gelebt und zum Schluss wie ein Bettler. Und er hat mir viel geholfen. Und meine Brüder. Zum Schluss war ich in der Scheiße drin gelegen. In der stinkigen Scheiße. Ist er gekommen und meine Brüder. Die haben mich so rausgeholt. Und haben mich gewaschen. Haben meinen Kopf gewaschen. Du musst, wenn du aufhörst, du musst sehr stark sein. Ich meine nicht körperlich. Hier oben musst du stark sein. Du musst ein gutes Herz haben. Das Wichtigste ist, du musst ein Glaube haben. Du kannst, ich glaube an Allah. Alhamdulillah, ich bin ein Moslem. Aber ein Glaube ist wichtig. Ein Deutscher kann, egal, wenn er nicht an Gott glaubt, der soll an eine übermäßige Macht glauben. Aber Glaube ist wichtig. Und du musst stark sein. Und der Freundeskreis danach, wenn du klimm bist, der ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn er nicht wäre, wer weiß, vielleicht wäre ich wieder drauf. Oder wenn Cengiz nicht wäre. Aber wenn der jetzt noch mal reingeht, dann hab ich mit deinen Eltern auch gesprochen, dann gehört er mir, dann bring ich seine Leiche zurück. Das weiß der. Ich hab gesagt, springen. Ich hab geschworen auf alles, was ich besitze, auf alles, was ich hab. Mein Stolz, meine Ehre, auf den Koran, auf Allah, auf alles. Ich hab geschworen, wenn ich anfange, wenn ich noch einmal anfange mit Droge, dann geb ich mir das Goldene. Weil ich will es meiner Mutter nicht antun, meine Brüder, meine Freunde nicht. Ich will es keinen damit antun. Ich schade mir selber. Aber hin an meinem Rücken, da weinen tausende Augen für mich. Nur unser Vater lacht. Ich hab Party geschlossen. Ja, lieber nicht. Ich mach mich, Ich hab ihn, ich hab ihn, aber einfach den Händen. Musik Gibst du mal bitte das Bier? Den Alkohol kann ich nicht mehr verkaufen. Ab her war das Alkohol-Sperre. Warum hängt es dann an der Zettel aus? Es steht Freitag bis Samstag. Es steht Freitag ab bis 2. Du lest es verkehrt, das ist alles. Nein, es ist nicht verkehrt. Wir können noch mal zusammenlesen. Wir können an die Volksstrukturierdiensten einschneiden. Und dann kommt raus, was so eine 3354 ist. Das können wir machen. Gibst du uns bitte? Es geht wirklich schnell. Bitte. Darfst du mich machen? Das ist, was ich gesagt habe. Aber doch nicht am Freitag. Es steht doch auch Freitag bis 2 Uhr. Es steht drauf. Es steht drauf. Entweder es steht, was hier steht, oder es steht nicht. Ja, es stimmt nicht. Ja, dann steht auch was Verkehrtes hier. Das ist ja Ihrer Führung. Freitag. Freitag. Ja. Hier steht Freitag von 2 Uhr bis 6 Uhr. Dispektieren wir schon? Ja. Es ist 2 Uhr Freitag. Was steht da? Es steht Freitag bis 2 Uhr. Wir haben uns darauf verlassen, dass wir ein Bier uns mit auf den Heimweg nehmen können. Darf ich vorstellen, das ist mein Bruderlein. Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Dass man das regelt. Wie regelt man das? Wenn das schriftlich da ist. Schriftlich ist es da so. Aber wir können uns nicht verbal einigen. Nee, die große Gliederlein. Das ist unmöglich. Und für was gibt es so eine Kasse? Das geht ja gar nicht mehr um das Bier. Im Prinzip geht es ja nur noch ums Prinzip. So, alle, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Ihr Penner hier. Na und? Sag nie, Monster, Herr Penner zu mir. Komm doch mal raus, du dumme Überzwerch. Ich mach sie doch der Auto um. Auch ich auch. Was können wir denn machen? Wollen wir was essen gehen? Das ist ein Toilett. So. 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 Der ist tot. Stimmt. Aber hundertprozentig. Nicht die Waschernbrauch. Obwohl, die kann man auch vielleicht noch benutzen. Au. Das ist gemein, oder? Es ist einfach, es ist einfach. Kein Wunder, dass die Lieder aufkommen. Man muss ein Schwein sein in dieser Welt. Ist das so? Manchmal, ja. Manchmal, ja. Es sind ganz schön grob die Leute. Es hat uns halt jetzt enttäuschend geärgert. Weil wir haben das halt richtig gelesen und nicht logisch gelesen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und uns gefällt das nicht, wie das Gesetz gemacht wurde so, obwohl das da steht, schwarz auf weiß. Und das wurde nicht so gehandhabt, wie das gehandhabt werden muss. Oder sollte. Oder so. Oder müsste. Oder müsste. Tschüss. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir nehmen sie vom Maddl. So freut ihr mich. Hallo. 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 Die kommen vielleicht ins Endspiel, aber immer nur so. Aber das ist beschiss, oder? Ich habe gesagt, sie sollen die alten Geldsektoren auslassen und die jungen Kerle. Vielleicht doch. Die 20-Jährigen, die 24-Jährigen, die sind noch heiß. Und die wollen noch zeigen und die wollen in eine Mannschaft rein. Und die rennen wie bescheuert. Und das ist das Schade, das ist in jedem Sport so. Das ist ja das Beschwerde. Das ist in jedem Sport so. Bitte. Ich habe mir die Nummer nicht gemerkt. Ich habe sechs. Hallo. Hast du gerade geheiratet? Ja. Ehrlich? Ja. Gerade eben? Nein, eben nicht heute Morgen. Wir sind auf dem Rückweg. Die Füße sind jetzt platt. Die Frisur ruiniert. Jetzt gehen wir wieder heim. Ja, wir haben uns in unserer gemeinsamen Lieblingsdisco kennengelernt. Wir kennen uns ein Dreivierteljahr. Und wir haben jetzt schön zusammen gefeiert mit 14 Leuten. Und ja, jetzt fahren wir heim, weil wir tierisch müde sind. Und was ist mit den Kinderlern? Ja, da reicht das Kleingeld noch nicht ganz. Aber das wird dann nachgeholt. Tja, so, jetzt gehen wir einfach heim. Tschüss. Ja, die Nase ist in Ordnung. Bloß das Geschäft ist schlecht. Macht mehr Kopfschmerzen. Hast du normal einen Kerl gefunden? Nein, leider noch nicht. Aber ich bin da immer noch am Suchen. Irgendwann treffe ich ihn mal wieder. Und dann hat er Pesch gehabt. So ist es halt. Aber ich habe mich jetzt anders vorgesorgt. Ich habe mir jetzt ein schönes Spray gekauft. Hab's im Auto. Es ist total wirksam. Was macht das? Es ist normalerweise hier verboten. Wie ist es sein? Ja. Es benützt die amerikanische Polizei. Hier ist es noch verboten. Hier darf man es nicht. Nur für Hunde. Was macht das? Es ist ein Pfefferspray. Wenn man das in die Augen kriegt, dann guck nach. Und hier, wenn man das in die Augen kriegt, dann geht es nicht so. Und das ist nicht so. Oh, meine, meine. Ich bin fertig. Bitte die Tüte, ja? Und die Augen. Bitte, du brauchst. Was noch? Ich brauch den Zettel auf. Das Finale. 17,10 Mark. Okay. Darf ich euch meine Freundin vorstellen? Ja. Freundin, guck mal. Was macht ihr jetzt noch? Nach Hause. Ich muss morgen arbeiten. Was arbeitest du? Promotion. Außendienst. Was promotest du? Lifeguard. Was heißt das? Das ist ein Verein. Und sie arbeiten bei Mariatze. Auch im Außendienst. Jörgitta. Jungs, wollt ihr mir nicht helfen? Ich dachte, da unten zu stehen. Ich dachte, die wollen nicht helfen. Ich bin schon gefangen. Ich bin schon gefangen. Ich bin schon gefangen. Jesus, an den glaube ich. Er hat mir neues Leben gegeben. Und er ist für mich gestorben. Und ich möchte für ihn leben. Und das erlebe ich real. Ich bin Pastor. Welche Konfession? Ich leite eine freie Gemeinde. Hier in Ludwigshafen und in Kaiserslautern. Und sonst in gewissen Missionsländern bin ich dann tätig. Ich versuche den Glauben an Gott ganz real auszuleben im Alltag. Das heißt, ich persönlich habe erlebt, wie man Frieden mit Gott bekommen kann. Wenn man Vergebung seiner Sünden hat. Und wenn man die Liebe Gottes persönlich erfährt. Und die möchte ich weitergeben an die Mitmenschen. Durch irgendwelche Dinge der Barmherzigkeit. Indem ich mich, was weiß ich, um Gestrandete, um Randgruppen kümmere. Und so weiter. Aber natürlich auch um andere Menschen in anderen Gesellschaftsschichten. Also wenn Sie Hilfe brauchen, bin ich auch gern für Sie da. Danke. Bitte schön. Und wo kommt die her, die Kette? Wo kommt dein Jägermeister her? Die kommt aus dem Friedenspark. Der Jägermeister kommt aus dem Friedenspark? Nein, die Kette. Die kommt aus dem Friedenspark. Dafür habe ich 30 Mal gestempelt mit dem Fuß. Und was macht ihr jetzt mit den Ketten? Ja, wir haben schon was gemacht. Sich wehren gegen Leute, die sich unanständig benehmen. Willst du jetzt keinen Jägermarschen? Nee, ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Hallo. 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 Besser, machst du auch richtig? Jawohl. Ich muss mal hingehen. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Nein, nein. Ich pulier's rein. Guck mal. Guck mal. Guck mal, du hast gehört. Ja. Was machst du am Dienstag? Am Dienstag? Am Dienstag? Am Dienstag? Ein Uhr mittags. Warum? Ich weiß schon. Der Kirsfahrt, da muss man hingehen. Wer? Den geht's. Was soll ich da? Ich arbeite. Arbeite? Ja. Im Urlaub einen Tag. Ich hab gestern Urlaub, ja. Heute Urlaub. Ich geh essen. Wo? Bei Mundenheim, Dönerladen. Der macht beste Döner. Das ist ein Unterschied zwischen den Felgen, gell? Die haben ja abgestochen, dann hinten Kofferrand aufgebrochen. Alles weg. Box nach? Chef. Ah, was? Was scheiße ist, hätten wir doch innen noch aufgenommen, hätten die Polizei genau gesehen, was drin ist. Aber viele Polizisten wissen das, gell? Reza, weißt du noch, Nacht, wo die uns angehalten haben, drehen sie mal auf. Da hab ich aufgedreht, hab ich reingeguckt. Jetzt können wir essen. Ich wollte euch auch gerne einladen, wenn ihr wollt. Seid ihr verlobt oder schon verheiratet? Naja, aber wir kennen schon seit einem Jahr länger. Ich denke schon, dass Verlobung kommt. Die Mutter ist Brasilianerin, Hexe, große Hexe, wirklich. Vater ist Italiener, Verlierer, Brasilianer Weltmeister dieses Jahr. Das sind alle sechser. Schau mich nicht mit deinen schönen Augen an. Wohin soll das Taxi kommen, Herr? Ja, hierher. Ich krieg keine leeren Flaschen. Nachts nehme ich keine. Und? Guten Morgen, Pepe in der Heinrichstraße. Jo, danke, tschüss. Sie dürfen sie mitnehmen? Ne, machen wir nicht. Was? Am Nachtschatten nehme ich keinen Leergut. Morgen früh, ab 6 Uhr. Nehmen Sie bitte das raus. Ne, das ist fast schon immer so. Bitte. Was soll das sein? So, Plastikflasche. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich weiß nicht. Es gibt es einen großen Mund. Und was ist da drin? Erdbeer, oder? Auch so ein Milchgetränk? Ja, ja. Das Jawohl, meinen Sie? Ja. Jawohl, meinen Sie? Das ist so weiße Flasche. Ja, und Früchte mit Früchten, ne? Ja, mit Chips. Und das andere auch mit Erdbeer. Noch was? 2. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 6. 7. 11. Jetzt habe ich genug, weil jetzt kommt schon die Taggeschicht und dann bringt das nichts mehr. Vielleicht noch eine Fahrt für 10 Mark oder so und dann bringt mir auch nichts in diesem Sinne. Wie wird es ausgehen? Ja, wir hoffen dafür Deutschland. 2-0. Oder? Alles klar. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung, was ist Ihr Tipp für das Spielortamt? 2-1. Für wen? Deutschland. Warum ist das so klar? Weil es so ist. Egal welches. Egal, nehmt ihr ein Eis und bezahlt es dir. Aber guck mal, wegnehmen Klassik. Nee. Nee? Was bin ich? Das da. Kann ich da. Das da, oder? Ja. Ja. Bitte. Ja, ist so nice. Okay. Tschüss. Wir haben den 1. Teil von der 1. Teil, das haben wir gesehen. Bis zur 35. Minute, wenn man noch einen Einsatz kriegt. Aber jetzt können wir wieder heimfahren, gucken und wir die zweite Halbzeit komplett sehen können. Wie ist das so, wenn man Bereitschaft hat und ein Spiel läuft? Ja, also bei uns ist es eben so, wir haben auf unserer Rettungswache einen Fernseher. Aber wenn man halt einen Einsatz kriegen kann, kann man halt nichts machen. Da müssen wir halt raus, jederzeit. Und in den Krankenhäusern kann man teilweise noch im Patientenzimmer mal mitgucken. Aber sonst hat man keine Chance, wenn man einen Einsatz hat. Wie steht's gerade? 1-0 für Kroatien. Habe ich im Radio jedenfalls gehört. Und? Machen wir noch. Ja? Ja. Kommen ins Halbfinale gegen Frankreich seit dem Außen Frankreich für Bildmeister. Wie war der Einsatz von Ihnen? War nichts Besonderes. Nur Pflaster kleben. Machen wir mal. Man sieht es gut, wie wir hier sehen. Ich glaube, der kann nicht mehr. Er ist müde, glaube ich ganz schlimm. Ziem diskreisig. Einer seiner Vorlagen seiner Eckbälle zum Tor geführt hat Kirsten Absalon als dritte Spitze. Ich bin gespannt, wie diese drei Spitzen das sind. Und ich bin gespannt, wie diese drei Spitzen für die Tor sind. Und das ist wirklich der Joker a excellence, ein vorkasslicher Joker. Das haben wir schon in mindestens zwei Spielen gesehen, wie der Gewirrbetracht der US-Geräste... 0-1 für die Kroater. Und? Finden Sie das gut? Nö. Das sind das schon gut für ihn. Da fliegen die Deutschen raus. Und was meinen Sie? Schaffen das die Deutschen noch? Sicher noch. Wie lang ist es noch? Die haben jetzt noch 35 Minuten zu spät. Natürlich auch Cola. Und so Freistoß für die Deutschen. Denen bleiben nur noch gut 10 Minuten. Hochspannung natürlich hier in Lyon vor 42.000 Zuschauern. Ja, immer noch 1-0, ne? Guck mal, doch, dass die Deutschen noch in Ordnung haben. Das war uns unentschieden ist. Ne, ist doch alles offen. Naja, 2-0 für Kroatien. Und dann wahrscheinlich alle Kroaten aufgesprochen. Flajovic, Doran Flajovic vom FC Valencia zum 2-0. Jetzt in der 80. Minute. Und jetzt war es vor einem Kumpel des ersten Tores. Denken wir jetzt nochmal für die Deutschen. Schauen wir uns den an. Und da kommt der Schussversuch von hier. Der kommt nach innen, aber das sind nur noch Verzweiflungsschüsse. Aber auch das zeigt, wie eben da auch technische Fehler passieren. Nur bei 3-0 kommen sie natürlich viel häufiger als vorher. Und die Kroaten mit vier Mann gegen Cola. Der ist ganz allein jetzt Heinrich zurückgelaufen. Und dann noch einmal die Kroaten. Andreas Köpke, sein Tor wird allmählich eine Schießbude. Aber es bleibt bei diesen drei Treffern. Ja, dieser Versuch, da wirklich eine verschworene Einheit. Die bilden als Folge dessen, dass in den USA eben da alles zerstritten war. Dass da viele das Sagen hatten, nur nicht der Trainer. Das hat sich ganz offensichtlich nicht ausgezahlt. Aber ich glaube, auch mit einem Scholl, mit einem Basler, wäre hier das Ausscheiden nicht zu vermeiden gewesen. Schlusspfiff in Lyon. Das ist jetzt perfekt, das Ausscheiden. An einem schönen Sommerabend im St. Guerlain, in Lyon, schwinden die WM-Hoffnungen der deutschen Mannschaft da hinten. Während sich auf dem Rasen und auf den Rängen jetzt die Freudenszenen in Rot-Weiß-Blau in den kroatischen Nationalfahrtmannsspielen hocken die deutschen Spieler, deprimierter Bogen. Aber Jürgen Kohler, der macht es richtig. Der geht zu den Fans in der Kurve, bedankt sich für die Unterstützung, zieht sich sein Trikot aus und wirft es in die applaudierenden deutschen Fans. Es soll einfach nur ausdrücken, dass ich nicht für die ganzen anderen trauere, sondern mich trotzdem freue. Ich war eigentlich doch fest überzeugt, dass Deutschland gewinnt. Jetzt ist es leider nicht so geschehen. Das ist ja leider nicht so Kroat. Ja, ich bin halber Kroat, halber Deutscher. Und für wen warst du dann? Ich war eigentlich schon für Deutschland. Aber so ist es auch okay. Warum? Warum ich für Deutschland war? Weil ich 60 Jahre lang hier gelebt habe. Also ich bin auch hier geboren, aber mein Vater ist halber Kroat. Und deswegen ist es mir jetzt nicht so arg schien, dass Kroatien gewonnen hat. Ein kroatisches Wochenende scheint es zu werden. Goran Ibanisevic im Finale. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft habe ich mitgekriegt. Was halten Sie davon? Ziemlich scheiße. Ich habe geweint. Es war aber auf deiner Seite ein abrediges Spiellauf. Also man kann nicht sagen, dass sie unverdient raus sind. Es ist nun mal so, das Leben geht weiter. Warum hast du geweint? Ist schon scheiße gewesen, oder? Also wir haben es ihm ja gegönnt. Und irgendwo ist man ja doch Deutscher. Tja, wirklich scheiße, oder? Das ist schon scheiße. Du hast gerne gefeuert. Ich werde die Vogts, muss zurücktreten. Das war's eigentlich schon. Und dann? Na ja, dann muss man halt wieder langsam aufbauen. Wo hat er gewonnen? Irgwas gab. Und was geht's denn da? Was soll ich sagen? Fasziniert mich mit der Kuala, das ist meine Heimatland, ich habe ein starkes Spiel. Das war es. Hast du dich stolz? Ich war stolz, natürlich, so was erreich ich mir nicht immer, oder? Alle vier Jahre, wenn man Glück hat. Was noch? Danke. Alles klar, Peace. Ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen. Was ist denn das, was du machst? Schnurren. Schnurren und Bier trinken. Und mein Hund. Wie heißt der Hund? Noemi. Was bedeutet das kurz oder was ist dein Hund für dich? Dieser Hund bedeutet, ich war mit bei der Zeugung dabei in Toulouse, da war Konzert, da ist die Mutter von mir gedeckt worden. Ich kenne den Vater, ich kenne die Mutter, ich war mit bei der Geburt. Ich habe sie mit großgezogen, alles, das bedeutet mir mein Hund. Ich habe meinen Hund nicht zum Schnurren. Und so sieht es aus. Habt ihr oft Zoff auf der Straße? Ja. Wir haben gestern Abend ein paar Skits hier gehabt. Ja. Was? Wie sieht es denn mit Skits aus? Wie hassen sie? Ja, die hassen uns, wir hassen die. Warum? Weil die eine rechte braune Ader haben und Anarchismus. Und Nationalismus und Kommunismus, das sind drei verschiedene Sachen. Und wenn du Anarchist bist, dann machst du dein Ding. Wenn du Nationalist bist, dann babbelst du irgendeine Scheiße, die vor 60 Jahren war. Ja? Und als Kommunist, da babbelst du genau denselben Schiss. Und was seid ihr? Ich bin Anarchist, was die anderen sind, weiß ich nicht. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich habe gegen jede Sache, was irgendwas mit Faschismus zu tun hat, habe ich was dagegen. Sei es die Türken mit Türkei, sei es die rosa Luxemburg oder hieß die rote Fahne mit dem Hakenkreuz. Das ist alles Schrott. Was wollt ihr denn? Was ich möchte? Ich möchte ein Haus haben, wo ich mit den Menschen, mit denen ich gerne zusammenleben möchte. Dass ich mit denen da zusammenleben kann. Vielleicht irgendwann mal meine Schule nachmachen kann, da ich keinen Abschluss habe. Da ich zu früh von zu Hause abgehauen bin. Und dann vielleicht irgendwann mal arbeiten gehen. Aber der Job, der mir Spaß macht. Da, wo mir keiner auf die Füße rumtrampelt. Und für die Gesellschaft, was wünschen wir da? Was ich mir für die Gesellschaft wünsche, die sollen mal anfangen zu denken. Aber richtig. Aber richtig. Aber richtig. Ihr seid ein bisschen neugierig, oder was seid ihr? Nein, nein, die machen so ein Interview, da sind Studenten. Aber ihr werdet doch ein bisschen abgehört, oder? Was soll denn das? Nein, die sollen mal. Macht ihr ein bisschen Stress, oder was? Die machen keinen Stress. Ich bin ein bisschen aggressiv, aber die Niederlage war scheiße. Absolute Scheiße. Weil ich mehr gefoult worden ist wie sonst was. Ich muss mich nicht mehr erinnern. Das ist vorbei, klar. Ja? Vorbei. Ja. Und das ist die Sache. Jeder hat sein eigenes Denken. Sein Leben ist der Fußball. Mein Leben ist der Anarchismus. Ich hab 20 Jahre Fußball gespielt. Mein Leben ist Wartefußball. Amateur. Für 100 Mark. 74. Ein bisschen gekickt für 100 Mark. Verstehst du? Lächerlich. Verlorenes Talent vielleicht. Verstehst du? Vielleicht. Was bedeutet das? Warte mal. Niederlage für mich. Nein, das bedeutet für mich keine Niederlage. Es war verdient verloren. Deutschland verdient verloren. Dann ist es eigentlich schlimm, oder? Schlimm? Willst du ein bisschen hitzen, oder was? Willst du ein bisschen hitzen? Deutschland hat verdient verloren. Deutschland hat verdient verloren. Deutschland hat verdient verloren. Was? Ja. Deutschland ist kaputt. Irgendwo ist Deutschland kaputt. Und wo? Wenn die Roten mit den Grünen nicht zusammenkommen, ist Deutschland kaputt. Und zwar in Schuhe ist Deutschland kaputt. Rot und Grün muss... Die nächste Wahl muss Deutschland dran. Rot und Grün. Dann kriegst du Haschisch in der Apothek zu kaufen. Das ist der Unterschied. Was? Aua, du Ebi! Du lässt sie ein bisschen Raventüte haben wollen. Ja, das haben wollen. Ich bin so drauf, immer. Du Ebi! Alter, ich hab noch keinen Knast gesehen. Ich bin Knast voll. Ich bin kein Knast. Ich brauch keinen Knast. Ich bin selber mein eigener Knast. Zuhause mach ich mir den Knast. Wenn ich es will, mach ich mir den Knast. Wenn mir schlecht geht, mach ich mir den Knast. Wann will man sich denn in einen eigenen Knast machen? Wenn mir schlecht geht, mach ich mir meinen eigenen Knast. Na dann sperrt er sich ein. Ehh. Scheiß Leben. Aber gut, die fühlen sich wohl, Alter. Die fühlen sich wohl. Das ist ihr Leben. Hallo? Ja. Und wie lief's heute Abend? Das Taxigeschäft? Ja. Nicht gut. Nicht gut. So wie das Spiel. Ein Towerspiel. So war das auch. Aber im Hemmshof war Schlägerei. Der hätte dabei sein müssen. Was ist passiert? Wegen Fussball natürlich. Weil die Deutschen verloren haben. Da ging's gleich auf die Kroaten los. Randalen und so. Wie immer. Wie ist es ausgegangen? Die Randalen. Die Polizei kam dazwischen. Dann war's alles. Dann war's schon vorbei. Schade. Ich wollte ja mitmachen. Aber wie ich ging, kam schon alles vorbei. Schade. Wen wollten Sie sich dann prügeln? Egal. Ich hätt mal einen raus. Aber ich hab immer das Beste, komm immer zu spät. Du gelaufen für uns. Ich musste fahren. Ein bisschen deprimieren. Aber Europameisterschaft holen wir's wieder raus. Ja? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist doch nicht dasselbe, oder? Nee, es ist nicht dasselbe. Nee. Aber das Spiel geht 90 Minuten. Und am Ende heißt's eigentlich immer, Deutschland ist Sieger. Nur heute hat's jetzt sollen es sein. Ja, du weißt ja, unser Bruder sitzt jetzt. Was soll ich jetzt machen ohne meinen Bruder? Der lebt jetzt hier drin. Ein Jahr, acht Monate. Ein Jahr, acht Monate. Wann war die Verhandlung? Die Verhandlung war gestern. Das war ziemlich schade. Das Gerichtssaal ist geräumt worden. Weil dann der Richter nicht korrekt war. Und der Anwalt gegenüber auch einer auf Dick gemacht hat und so. Und mit seinem scheiß Amtsdeutsch und Juradeutsch gekommen ist. Dann haben wir hinten im Gerichtssaal, die Freunde und so, haben ein bisschen was da reingeredet. Der hat gesehen, wir wären richtig wütend. Je weniger Zeuge das ist, desto besser ist es. Deswegen hat er uns alle rausgeschmissen. Der Richter, der war ja am Anfang gegen Cengiz. Der war die ganze Zeit gegen ihn. Warum? Was glaubt ihr, war das so? Weil der Cengiz vor fünf Jahren hat er auch so eine kleine Schlägerei gehabt. Und zwar in Gartenstadt. Wir sind immer noch. Da sind Skinheads auf ihn losgegangen. Die waren zu dritt. Cengiz und zwei Albaner. Und von den Albanern, ich hab so mitbekommen, dass die abgehauen sind. Und Cengiz ist nicht abgehauen, hat mit denen gestritten. Und hat halt wieder zufällig so ein Messer dabei gehabt. Und hab ein, zwei von denen abgestoßen. Und die haben den zusammengeschlagen. Da hat er noch ein Nabo von ihr mit Baseballschlägen auf den Kopf und so. Aber ich war nicht tot. Cengiz ist so einer. Wenn du mit Cengiz zusammenläufst, egal wo, und er mag dich. Du bist ein guter Freund. Der macht alles für dich. Es kommen, egal wie viel, zehn, zwanzig Leute und sagen zu dem Hohansohn, irgendwas gegen seine Familie oder gegen die Freunde. Er geht drauf, egal wie viele Leute das sind. Es ist so einer. Jeder Mensch hat seine Marke, er hat die Marke. Ich sitze in Schifferstadt, die Jugendstrafe bekomme. Also es geht ihm gut. Und ich hoffe, es bleibt also. Und wir gehen ihm auch Besucher. Momentan kriegt man keine Besuchserlaubnis. Wer singt jetzt für euch? Wenn Cengiz rauskommt, dann hat er ein neues Lied. Und dann machen wir eine Band auf. Und dann singen wir und ihr nehmt auf. Und dann verkaufen wir die Platte. ... und zwar nicht. Wenn wir uns in있는 Mindest treffen. Wenn ich eine Bewegung mache, dann 90 Grad, als Hohans noch natürlich kein Spaß, Der hat immer das Auto poliert. Gucken Sie mal das Auto an, das sieht voll trägisch aus. Ich hab jetzt auch keine Lust mehr, das Auto sauber zu machen. Cengiz hat das auch vom Herzen gemacht. Der hat nicht gesagt, ah, jetzt ist es sauber. Er ist immer dran, wenn er was gemacht hat, hat er immer das Beste gemacht. Cengiz hat früher gesagt, ich bin der Kanake mit der Neuner in der Jacke. Das war sein Spruch. Frankreich ist zum ersten Mal Zichstall Weltmeister. Das ist immer der Zentrum der Weltmeisterschaft. Nach dem Finale vom Saint-Génie. Die Finale des Schiedsträger Brasilien mit 3 zu 0. Beachtet bei der Zuschauer der Zichstall in den zwei Kopfballtreffern in der 27. und 45. sowie Pétis in der 90. Minute die Tore für die Equipe Tricolor. Nach dem Sieg steht ganz Frankreich Kopf auf. Der Champs-Élysées geht schon seit Stunden nichts mehr. Menschenmassen, soweit das Auge reicht. Besondere Ehrung erhält der Spielmacher Sidant. Sein Konterfei ist auf dem Arc der Triumph projiziert. Bundeskanzler Helmut Kohl hat den scharfen Kurs der CSU in der Ausländerpolitik und der Verbrechenspolitik begrüßen. Bundeskanzler Helmut Kohl hat den St. Kohl hat den St. Kohl hat den St. Kohl hat den St. Kohl. Bundeskanzler Helmut Kohl hat den St. 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 Kohl. Bundeskanzler Helmut Kohl sch zeigt Pain01 Westin Cooter und mittelung Kriegauer autre. Bundeskanzler Helmut Kohl hat den St. Kohl hat den St. Kohl, Bundeskanzler Helmut Kohl hat den St. Kohl hat den St. Kohl hat den St. Kohl zusammen umsonst. Bundeskanzler Helmut Kohl hat den St. Kohl hat den St. Kohlける mal sah Россiele unterstützt und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018